Seit 50 Jahren ist Hermann Ultraschall Technologieführer beim Verschweißen von Kunststoffen mit Ultraschall. Auf der K2010 zeigen wir wieder eine Weltpremiere. Eine komplett neue Maschinengeneration, die HIQ-Baureihe. Bewährte Technik aus dem Hause Hermann, konsequent, weiterentwickelt, energieeffizient und variabel. Ultraschall ist unsere Kernkompetenz und dabei steht im Mittelpunkt immer unser Kunde. Mit der neuen HIQ-Baureihe gehen wir wie nie zuvor auf die vielschichtigen Bedürfnisse unserer Kunden ein. Wir bieten die passende Maschine für jede Anwendung, jeden Markt, jedes Budget. Hier steht die Nachfolgemaschine unserer legendären HS- und PS-Dialog. Im Zentrum steht das neue pneumatische Antriebskonzept High Motion Control. Es verbindet die Vorteile der Pneumatik mit der Dynamik eines elektrischen Antriebs für eine geschwindigkeitsoptimierte Fahrbewegung der Sonnotrote. Der Startpunkt für den Schweißprozess kann frei gewählt werden. Das spart Zeit und Energie. Erstmalig lassen sich auch für Schweißkräfte programmieren, für eine optimale Qualität der Schweißnahtgeometrie. Mit Maximalgeschwindigkeit fahren wir ans Bauteil an und führen dann den Schweißprozess durch. Im Soft-Touch-Modus berührt die Sonnotrote ganz sanft das Bauteil und zerstört somit die Energierichtungsgeber im Bauteil nicht. Unsere mittlere Maschine, die HiQ Vario, hat die bewährte Proportionalventiltechnik und digitale Hochleistungsgeneratoren bis 6000 Watt. Das hat sonst niemand am Markt. Grafische Darstellungen des Fügeverlaufs unterstützen bei der Parameterfindung und bei der Qualitätskontrolle. Ethernet, USB-Highspeed und Druckeranschluss gehören bei allen Maschinen zum Standort. Für einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel öffnen wir den Eingriffsschutz. Das Schwinggebilde im Wechselsystem wird freigelegt. Ich öffne den Konverterhalter und kann werkzeuglos einfach das ganze Werkzeug indexiert entnehmen. Auch die Einsteigerklasse HiQ Logic hat Wegmesssystem und Proportionalventiltechnik. Dazu fünf Betriebsarten, als da wären Zeit, Leistung, Energie und zwei Wegmodi. Das garantiert gute reproduzierbare Ergebnisse. Ein Touchscreen ermöglicht einfache Bedienung und Qualitätskontrolle. Der perfekte Einstieg zum Schweißen mit Ultraschall. Wir zeigen hier eine 35 Kilohertz Applikation. Der Werkstoff ist Polycarbonat. Ich starte jetzt den Schweißprozess. Und fertig. Besonders wichtig ist uns auch das Thema Energieeffizienz. Im Vergleich zu anderen thermischen Fügeverfahren spart Ultraschall drei Viertel der Energie. Unser neuer digitaler Generator Ultraplast erreicht einen Wirkungsgrad von über 80 Prozent. Ein neuer Energiesparmodus lässt die Maschine elektrisch auf Standby gehen und spart Druckluft. Unsere Technologie im Dienste der Umwelt. Hermann Ultraschall steht für qualitativ hochwertiges Schweißen von Kunststoffen. Unser Name verpflichtet. Wir lösen Ihre Anwendung schnell, präzise, wirtschaftlich.